Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Blender Game. Und zwar heute mit Tome oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgesprochen werden soll. Und ja, das Video wird vielleicht auch in Full-ID kommen, weil ich jetzt nur einen neuen Bildschirm habe. Und der halt in Full-ID ist. Und einfach mal auf Play direkt klicken. Also ich habe das Spiel jetzt auch vorher nicht angeguckt. Habt ihr jetzt nur ein paar Bilder gesehen und die sind gut aus. Irgendwas mit Ninja soll man irgendwie Ninja sein. Okay. Huch. Act 1, Dirt, Thief. Move, erste Maus. Rechte Maus, das zu blocken. Linke. Attack macht aber irgendwie nix. Jump Kick. Okay. Passant. Voller Pendel. Leuchtend wundervoll in der CFS, aber ganz okay. Also der Grafikstil gefällt mir. Also man hat also wahrscheinlich gut drauf geachtet, dass es halt low poly bleibt. Okay. No, no. Bug! Na. Okay. Moment. Escape? Gut too", machen wir es nochmal. Das Mensch schonhaus Resume, Click. Hä? Äh, okay. Versuch mal ignorieren. Was ist eigentlich bei hier? Objekt, options. Colorgrading, Kamerabla, okay. Mach schon mal alles aus, schläftsend schneller. Ist jetzt ohne Effekte. Das kann man nicht überspringen. Wird mal ein Frap. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Noch habe ich 50 FPS. Okay, wie dann? Oh, jetzt habe ich 20. Okay, die Grafik sieht auch von... Sieht zwar immer noch gut aus, aber jetzt ohne die Filter halt. Aber braucht man ja auch nicht unbedingt. Zick, 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 zick. Hat da! Uh! Ha! Finish gemacht! Komm her! Ha, wie cool! Mach was! Mach was! Mach was! Oh, okay, jetzt bist du tot. Das quält mir! Oh, ganz viele Gegner gespawnt! Kommt her! Optimiert! Puma, 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 Puma! Bum! Puma! Puma, Puma, Puma! Puma, Puma! Puma! Puma, Puma! Ui! Puma! und der Nein, ich bin tot Okay, was passiert jetzt? Hallo Okay Okay, ich bin unter der Map. Mal gucken, ob ich irgendwo wieder raus kann. Das macht mir irgendwie Angst. Können steigen, vielleicht raus. Spring. Okay. Nein, nein, nein. Okay, damit nö. Ich glaube das ist jetzt mit Resume. Nein, also irgendwie nicht. Dann mach ich das nochmal für neu. Ja, schöne Bilder. Haben wir es jetzt bald? Okay, das ist nochmal ein Versuch. Aber der Grafik ist die Linke, der gefällt mir nicht. Nicht schlecht. Also wenn wir im Kampf kämpfen geht eigentlich auch nicht schlecht. Das ist nicht ganz. Also macht mir grad schon Spaß. Ich hab doch geplott. Ja. So. Oh, leck. Okay, noch ein bisschen taktischer vorgehen. Okay. Okay, das ist anscheinend irgendwie ein Bug. Okay, ich muss da nix machen. Wenn so... Wenn da gerade viele sind. Zack. Ich hoffe, mein Leben regeneriert sich. Okay, ich muss eindrückter hochspringen, aber ich gucke erstmal hin in den komischen Tempel. Okay. Okay, jetzt nix. Heppa. Heppa. Uah. Ich seh da oben schon Gegner. Uah. Fail. Zack. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wie lange das Spiel geht. Hehehe. Okay, der dreht sich anscheinend so lange, wie er in der Luft ist. Oh, da ist hier einer. Was? Und jetzt? Okay, ich weiß jetzt einfach mal ab. Ich brauche jetzt mal nix. Und wenn... Okay. Da hast du jetzt auch wieder nix gemacht. Okay. Jetzt warte ich noch mal ab. Ändert sich mal was passiert. Beende ich das jetzt entweder? Okay. Da es jetzt nix geändert hat, beende ich die kurze Runde jetzt mal hier. Also der Grafixiel hat mir gefallen. Also das Spiel macht jetzt eigentlich einen ziemlich guten ersten Eindruck. Nur dieser Sterbe-Bug ist irgendwie... ziemlich komisch und nervig. Also... Spielt selber, wenn es euch gefällt. Und sagt mir dann, ob ihr weitergekommen seid oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Also ich hoffe, dass... äh... das Video euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und kommentiert schön das Video, wie es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.